So, bauen wir weiter. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu schlimm, wenn wir diese Kiste da runtergeschmissen haben aus Versehen. Ich meine, wir haben ja hier noch die zwei Hübschen. Und hier ein Sack mit Erdnüssen oder was ist das? Ist aber egal. So, aufgeladen. Jawohl. Das Feuer der Heilung. So, bauen wir weiter unseren Turm. Ja. Ja. Ah, nicht du auch noch. Das wäre bitter, wenn jetzt hier eine nach der anderen runterfällt. Das wollen wir verhindern. Aber interessant, wie Frost einen so zum Kruppel und so machen kann. Das ist echt geil. Geil, geil, geil. Oh ja, jetzt habe ich mich hier auch noch, ja, auch noch irgendwas gebrochen oder so. Oh mein Gott, ich habe mir was gebrochen, oder? Heilt das das auch? Heilt das Feuer Brüche? Das wäre Knorke. Also das wäre schon stark. Das fände ich stark. Ich könnte ja mal die Leiste belegen. Sehe ich gerade, dass man das machen kann. Das ist ja geil. Geil, Mann. Geil, geil, geil. So, es heilt Brüche. Oh, äh, ne, was wollte ich? Ah, ja, ja. Nächste Kiste. Ist da noch eine? Hier noch... Ach, hier, die blauen könnte ich nehmen. Oh mein Gott. Ach, das könnte schon reichen hier. Oh, ist das wackelig. Das ist ja aufregend. Und jetzt... Laufplanken. Jawohl. Ups. Mir ging das denn zäh, ne? Genau. Nein. Ja. 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 Jawohl. Oh mein Gott. Das wird so krass. Wenn ich es jetzt verkacke, ey. Oh, wann war denn der letzte Speicherpunkt? Scheiße mit Reis, ey. Na, ich verkack's jetzt einfach nicht. Das wird hier jetzt volle Möhre das Event des Jahres. In der Tundra. Ohne Zuschauer. Ist ja voll kriselig irgendwie. Also, wenn das Schnee sein soll, ist richtig gut animiert. Das muss ich mal hier erwähnen. Ist richtig toll gemacht. Ja, das wissen wir bereits. So. Nächste und letzte Laufplanke. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie ich balancieren kann. Schaut's euch an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist... Was ist... Was? Moment mal. Was? Ich hab da grad was entdeckt. Und ihr vielleicht gerade auch. Und wenn ihr denkt, wir meinen das Gleiche. Dann sehen wir das ja gleich. Das wäre ja noch besser. Alter, das wäre... Boah, ne? Nein. Wenn das geht, ne? Oh. 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 Oh, ist das... Das geht... Nein, das geht. Ihr wollt mich doch... Verarschen! Ich baue da übrigens den... Ja, ich bin Waldorf-Schüler. Daher kommt das. Meine Fresse! Meine Fresse! Ich hab nen Alternativweg geschaffen. So. Was machen wir? Ah ja. Okay, das machen wir weg. Oder? Ah ja, das hab ich jetzt auf 4. Boah, Flammenwerfer auf 4. Ist ja der Hammer. Ist ja der Hammer. So, hier noch kurz aufwärmen. Huh? Ist das wieder ausgegangen? Ach nee, ich hab's ja auf 4. Das wär ja voll... doof. Also kurz wieder heilen. Boah, das ist ja... Scheiße, ne? Da hab ich grad ungefähr 15 Minuten unseres Lebens verschwendet. Geil! Vielen Dank, Penumbra! Mann, ey! Boah, das dauert auch immer. Jawohl. Und rüber da. Wer weiß, was sich da erwartet. Äh. Lippia, hey. Noch ne... Noch ne Hütte. Und... Oh. Ist ja lustig. Oh. Hä? Diese Lappen nehme ich mit. Ich kann ihn vielleicht noch gebrauchen. Ja, für den kleinen, schmierigen Spasti. Der mir hier dazwischen plappert und mich zu Tode nerven. Das ist ja so... So belastet ist das. Wie heißt der? Wie hab ich ihn genannt? Ist ja egal. Ein schmutziger alter Lappen. Geil. Den kann ich voll gebrauchen. Ne? So ein Lappen. Ein schmutziger alter Lappen. So, jetzt war da hinten so ein Motor. Da war noch irgendwas. Das konnte ich lesen und so. Diese Metallbrücke wird höchstwahrscheinlich von diesem Generator gespeist. Aha. Das ist ja cool. Okay, was gibt's hier noch? Oh. Ein großer Haufen Schnee und Eis. Ich werde ihn nicht mit den Händen aus der Seite räumen kommen. Cool. Was ist das? Ah. Ja. Aktion, Reaktion würde ich mal sagen. Benzinfässer. Oh, ich darf das hier nicht aus den Augen... Ach, geht ja noch. Geht ja noch. Ich überschätze das, glaube ich, immer. So, und jetzt? Äh, anzünden. Das könnte glatt funktionieren, aber ich wäre der Explosion zu nahe. Ich muss eine verzögerte Reaktion auslösen. Eine verzögerte Reaktion. Das ist ja Chemieunterricht hier für G-Kurs, wa? Das ist ja... Kann ich da drauf? Äh, nein. Oder ich hab's gefehlt, aber ist ja auch egal. Lass mich wieder aufladen hier. Ah, die Eisschicht abbrutzeln. Vielleicht bräuchte ich die Kisten für die verzögerte Reaktion. Vielleicht muss ich... Nee. Wie ist er mein denn? Ich bräuchte so, äh... Äh, äh, äh... Dingspulver. Äh, wie heißt das? Gunpowder. Äh... Äh... Schießpulver. Da hab ich's. Da fällt's mir zu, das Wort. So, irgendwie... Äh, ne? Ja. Hm. Ja, scheiße. Vielleicht dahinten noch was? Oh, hier ist voller Armeisenkrimi am Start, ey. Wenn das Schnee sein soll. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Ich weiß gar nicht, wie alt der Spiel eigentlich ist. Also schon ein paar Jährchen, glaub ich. So. So, was hab ich denn noch? Ja. Mit der Säge irgendwie... Nein. Ich muss anfangen, klar zu denken. Ein Lappen. Ja, irgendwie hier... Mit dem Lappen. Hä? Den hier anzünden und dann draufwerfen. Ich möchte das nicht verbrennen. Doch, möchte ich. Es könnte sich später noch als nützlich erweisen. Ja. Geil. Ich muss aber jetzt weiterkommen. Ach, vielleicht brennt der. Wofür liegen hier überhaupt diese Säcke, Mann? Das ist ja... Ach, das ist aber Quatsch. Das bringt mich nicht weiter. Hier so eine Latte abreißen und dann so als verlängerte Fackel. Ah, das ist wieder... Das ist wieder... Schön ist das. Ähm. Ich wende das einfach mal drauf an. Huh. Ach, nee. Ha. Und jetzt so? Lappen brennen nicht. Muss in die brennbare Flüssigkeit eintauchen. Alkohol. So, in Alkohol getränkt sollte der Lappen leicht entzündlich sein. Ah, der Mann in der Gork! Oh, Fail. Oh, kein Fail. Jetzt haben wir's geschafft. Das ist ja toll. Und wir haben keinen dreckigen Lappen mehr. Das ist schade. Ich muss jetzt mal hier wieder aufladen. Ich sag euch, Leute. Jetzt kamen so lange hier Rätsel und so. Und Knobelei und so. Und, äh... Ich wette, wenn ich da jetzt reingehe, geht wieder die Scheiße ab, ey. Dann kommen so fünf Viecher auf einmal oder so. Äh. Und Riesenkraken kommt und Hulk und alle auf mich drauf. Oh, das sieht ja schon einladend aus. Laden. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Naja. Oh, hei. Okay. Ja, er hat's aber ganz schön zusammengefasst. Die Olle retten, Typen aus Knipsen, mich selbst heilen. So, das sieht hier richtig, richtig, richtig einladend aus, muss ich sagen. Das ist echt hier so ein... Zum Wohlfühlen, ne? Richtiges Wellnessparadies. Mann, Mann, Mann. Das ist ja ein richtiger Schmankerl, muss ich sagen. Oh, hier. Oh, nein. So groß. Dieser Ort ist riesig. Geil. Geil, geil, geil. Und nämlich mit Sessel, da genügen wir uns mal gleich hier. Uh. Sitzt mal drin, ich hoffe. So. Bisschen ausgeruht. Steht hier. Kennel. Extermination Room. Chemical Liberty. Oder? Egal. Library. Library. Oh, nein. Laboratory. Chemisches Labor, würde ich sagen. Das ist wohl ziemlich eindeutig eine Sackgasse. Hätten wir einen Hammer oder so? Vorschlag haben wir hier volle Möhre gegen? Ne Säge haben wir, Mensch. Ich muss einfach klar zu denken. Diese Säge hält mich immer vom Klardenken ab, irgendwie. Gegenspringen. Vielleicht mit dem Sessel einreißen? Ne, mit dem Sessel drüber klettern. Ach nö, komm schon. Komm schon. Nein, da liegen die Steine im Weg und ich kann die nicht. Ich dachte, ich wäre voll der Pumper. Mann. Schade. Okay, dann geht's weiter. Die Milch kommt mit. Die Milch kommt mit. Ich schau mal, was da so ist. Oh Gott, ey. Wie passiert doch? Ne, nur richtig schön friedliche Musik, ey. Da stimmt einen richtig drauf ein. Das ist der Hammer. Research Home. Bringt nichts in. So, I think I've worked out how to disinfect you. But, you probably saw this coming. Ah ja. It's not quite as simple as that. Geil, geil, geil. I had to engage the failsafe on the research rooms to seal myself in here. And that means, we need a keycard to get me out. No, schon wieder. Personal, one of the infected ones tried to get in with a card, but I don't know where you, where it, where it was. No! I, I need you. Ja, ja, ich dich auch. Ja. If you do get me out, I'll give you the biggest hug of your life. Oh, sweet. Oh, das ist so lieb. Oh, hier, go there. Ja, fag this, run me back. Ja, echt wahr, die so autos riesen. Ja, jetzt. Oh, er regt mich so auf, ne? Er regt mich so auf. Also, wir müssen so eine Speicher, eine Zugangskarte. Uns besorgen. Und wie der Zufall es will, hat ein Infizierter die, der hier rumläuft, oder wat? Der ist ja so geil. Und ich geh erstmal hier einfach, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott, allein wie es hier aussieht, ey. Das ist der Hammer. Wo geht's hier lang? Können wir alle die Klappe halten? Wir lassen uns runter. Oh. Oh. Woher kam das? Oh. Geil, da sind Hunde drin. Vielleicht so Wachhunde von Typen. Ja, da geh ich hin. Die bewachen mich. Ne, das sieht nicht so geil aus. Oh, die Ladebildschirme sind immer der Hammer. Da stimmt einen so richtig drauf ein, was jetzt kommt. Das ist der Hammer. Das ganze Spiel ist der Hammer. Und... Hallo? Hey, Leute. Leute. Oh, ist das hoch. Huhu. Ja, doch keine Wachhunde. Oder vielleicht doch Wachhunde, aber... Oh, ist ja voll die Zwingeranlage. Und die sind ausgebrochen. Äh, schlafen die da drin? Muss ich leise sein? Hilf, hallo... Äh, ja. Oh, jetzt labert der mich wieder zu. Das ist ja der Wahnsinn. Oh, das ist so ein Psychopath, ey. Das ist ja nicht auszuhalten. Guy-Werber. Ja, ja, ja. Ja, ja, ist doch... Ist doch gut. Ist doch gut. Na, ne, ist doch okay. Lass es raus. Lass es raus. Was? Margaritas? Lass es rauskommen, René. Oh Gott. Ich trau diesem Ort nicht. In der Kiste befindet sich Hundefutter. Geil. Und wenn ich da jetzt lang gehe... Was? Wo kommen diese Geräusche her? Ich sollte da nicht hingehen. Okay, ich geh da nicht hin. Ich geh da nicht hin. Ich geh wieder zu den Hundis. Hallo Hundis. Oh mein Gott, ich hab gerade Angstzustände. Es geht gerade kaum noch. Hier, jeden Moment passiert was. Jeden Moment. Es ist jetzt so lange nichts mehr passiert. Und es sieht hier sowas von unvertraulich aus. Es sieht hier einfach nur scheiße aus. Dieser Ort ist zum Hassen. Ich hasse ihn. Was ist hier geschehen? Ja, hier hatte jemand... Hörnt auf Blatt. Hier sind voll viele Abonnenten. Das ist ja der Hammer. Oh, schwere Küsten. Mensch. Ich wusste gar nicht, dass ich so viel Fans habe. Das ist ja... Das ist ja unglaublich, Freunde. Gehen wir aber erstmal weiter und schauen, ob wir noch mehr finden. Ja. Ja. Ja.